Die weltweit erste Vorstellung des neuen Windows Intune fand auf der CeBIT 2011 statt. Das Produkt ermöglicht PC-Verwaltung auf der Basis von Cloud Computing. Das Tolle an Windows Intune ist, dass unsere Kunden und Partner hier eine sehr effiziente, schnelle und sichere Art und Weise haben, ihre Desktops innerhalb des Unternehmens zu verwalten. Sie können Sicherheitsroutinen festlegen, sie können Updates und Upgrades überwachen, sie können Standards festlegen und sie können auch in der Kombination mit Windows 7 Enterprise, was ja dabei ist, auch auf einen einheitlichen Unternehmensstandard auf hohem Niveau gehen. Alle Mitarbeiter einer Firma verlassen sich darauf, dass ihre Computer optimal funktionieren. IT-Verantwortliche, die dafür zuständig sind, haben mit dem neuen Produkt einen umfassenden Überblick über alle Rechner ihres Unternehmens. So können sie die PCs schneller und effektiver verwalten und sichern. Angeboten wird die Lösung von Microsoft und Partnerfirmen. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ist Windows Intune eine sinnvolle Lösung, da die meist keine eigene IT-Abteilung haben und damit ein remotes Management ihrer kompletten PC-Infrastruktur und Device-Infrastruktur über die Cloud möglich ist. Die hundertprozentige Cloud-Lösung dabei gibt dem Unternehmen die Chance, schnell einzusteigen, ohne eigene Investitionen zu tätigen. Wir sind Maklerunternehmen, das heißt, unsere Aufgabe besteht darin, Immobilien zu vermitteln, zu bewerten, zu vermieten, zu verkaufen. Und da haben wir unsere Kompetenz und wir haben die nicht im Bereich der IT. Hierfür müssten wir wiederum Personal aufbauen, eine eigene Abteilung installieren, was sowohl mit einem zeitlichen als auch mit einem Kostenaufwand verbunden ist, den wir uns auf diese Weise ersparen, weil für uns kommt IT letztendlich auf Knopfdruck aus der Steckdose. Zum Einsatz des neuen Produkts brauchen IT-Verantwortliche nur einen Internetzugang. Der Zugriff auf die Rechner erfolgt über eine internetbasierte Konsole. Dieser Einsatz von Cloud Computing für die IT-Verwaltung ist ein strategischer Schritt. Ein großes Plus dieser Cloud-Anwendung ist, dass unsere Kunden jede Weiterentwicklung des Produkts sofort zur Verfügung haben. Sie bleiben also immer auf dem neuesten Stand, ohne selbst etwas dafür tun zu müssen. Cloud Computing ist das beherrschende Thema auf der CeBIT 2011, weil Innovationen wie Intune unsere Computerarbeit revolutionieren. Cloud Computing ist das beherrschende Thema auf der CeBIT 2011, weil Innovationen wie Intune ist das beherrschende Thema. Cloud Computing 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 ist das beherrschende Thema.